Norddeutscher Rundfunk 2021 Es ist dunkel. Dunkel oder dunkel? Dunkel. Dunkel? Ja. Die Sonne ist im Norden. Im Norden ist sie nie zu sehen, weil sie in Australien ist. Wow. Du bist ja ein Poet. Ja. Weißt du, warum ich das weiß? Nee. Ich hab mich in letzter Zeit damit befasst. Guck mal. Wirklich mal kurz unser Universum. Hab ich so mitbekommen. So nur, dass du ne Vorstellung hast. Professor Doktor Doktor Mike. Der Astronomie. Pass auf hier. Ein Sonnensystem. Eine Sonne ist ein Stern. Darum sind Planeten. Darum die Planete sind die Monde. Und davon haben wir acht Planeten. Das ist ein Sonnensystem. Ja. Und unsere Galaxie ist die Milchstraße. Unsere. Und in der Milchstraße sind tausende Millionen Galaxien. Was eine Galaxie ist, ich hab das gar nicht richtig verstanden. Unsere Milchstraße ist so groß, wir können von hier aus nicht mehr bis zum Ende. Niemals kommen. So groß ist die Galaxie von uns. Ja. Das hat der irgendwo im Film wahrscheinlich gesehen. Weil lesen kann der nicht richtig. Und wir haben so viele Galaxien im Universum, wie Sandkörner auf der Welt. Echt? Ja. Krank, ne? Überleg mal. Überleg wie viel das ist. Ist denn ne Galaxie planetenmäßig ausgestattet? Wir haben so viele Galaxien im Universum. Gibt's da auch Planeten drin in der Galaxie? Die Sandkörner auf der Welt. Gibt's da Sonnen für jeden Planeten? Wahnsinn. Krass. Wusste ich nicht. Ja. Guck mal, dass die Erde so gekommen ist, wie sie gekommen ist. Und alles ein zusammen Aufeinanderkettung von perfekten Ereignissen. Dass wir jetzt wir sind. Du bist voll der Professor. Ja, aber wat von immer. Alter, ich ... Aber werde ich alleine bekloppt? Oder seid ihr dann auch schon? Boah. Das ist ja beeindruckend. Kann man das studieren, Astrologie?